Moin moin, ich bin Sebastian von 48.1. Wir sind gerade bei Rare Guitar am Alten Güterbahnhof. Wie in der letzten Sendung erwähnt, wollen wir euch näher erklären, was mit der Aktion Don't Repeat History auf sich hat. Und deshalb habe ich hier gerade Rudi von der Band Skrotem und der wird euch das mal näher erklären. Ja, wir, also Skrotem, nehmen gerade unser erstes Album auf und im Zuge der Aufnahmen haben wir einen Anti-Faschos-Song geschrieben und sind auf die Idee gekommen, den Refrain am Ende durch eine Menge Leute als eine Art Gangshout aufzunehmen und da kam dann die Idee, einfach alle einzuladen, die A, dagegen sind, B, ein bisschen was für uns tun wollen und C, auch noch was Gutes tun wollen. Über diese Aktion soll das laufen. Das ist am Samstag, den 26.09., also nächste Woche und läuft zwischen 16.00 und 18.00 Uhr. Gegen 17.00 Uhr wollen wir mit der Aufnahme starten. Alle sollen kräftig mitschreien und danach machen wir noch eine kleine Spendenaktion, eine Sammelaktion für die Flüchtlingshilfe in Angelmodde, die momentan überquillt vor Flüchtlingen und Geld, Material und Menschen benötigt, um den Leuten da ein bisschen zu helfen. Also kommt zahlreich und bringt ein bisschen Durst mit, wir verkaufen auch ein bisschen Getränke dann zu der Zeit und eventuell haben wir sogar einen kleinen Imbisswagen hier. Alles was Überschuss ist, wird auch automatisch den Flüchtlingen zugutekommen, also einfach vorbeikommen. Ja, cool, das klingt doch gut. Wir sind vor Ort mit der Kamera, werden in der nächsten Sendung darüber berichten, wie es gelaufen ist, aber live ist viel spannender, deshalb kommt auch vorbei, bringt Durst und Stimme mit und ich würde sagen, dann sehen wir uns am Samstag. Und dann sehen wir uns am Samstag. Vielen Dank.